Wenn wir an der Supermarktkasse warten, dann geht es manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, aber im Ganzen recht zügig. Wenn wir zur Schule oder zur Arbeit fahren, vergeht die Zeit einfach kein bisschen. Man schaut jede Minute auf die Uhr, aber es vergeht einfach keine einzige Minute. Wenn man etwas mit schlechtem Internet downloadet, dann wird man einfach nur bekloppt. Es läuft manchmal ein bisschen schneller, dann wird es wieder langsamer. Dann fängt der Bruder an, den Stream zu schauen und auf einmal wird es wieder langsamer und dann wieder schnell. Wenn wir zocken, dann vergeht die Zeit natürlich in null Komma nichts. Es ist sofort gefühlt Mitternacht. Es ist unfassbar.